So, Mahlzeit. Die erste Etape haben wir jetzt geschafft. Wir sind jetzt hier in der Nähe von Rochlitz bei unseren Großeltern runtergekommen und konnten was essen. Ja, war eine ganz gute Strecke. Das Wetter könnte nicht besser sein. Eine schöne Polizeikontrolle hat uns erwischt mit Hänger. Die wollten, mein Kennzeichen hinten war ein bisschen zu hoch gebogen, aber habe ich schnell wieder runtergesteckt und dann wollten sie noch elektrische Einrichtungen überprüfen und so ein Zeug. Boah, war alles in Ordnung. Die junge Polizistin hat nicht gesehen, weiß wahrscheinlich nicht, dass ein Rücklicht 5 Watt hat und man es nicht unbedingt sieht, wenn da direkt die Sonne drauf scheint. Hat sie wieder ein bisschen rumgelabert, aber ja, letztendlich sind wir gut weggekommen, für den Tag gewünscht, der Oberwachsmeister oder was der war. Der konnte uns anscheinend gut leiden. Der hat sich schon immer gefreut, wenn es mal so ein bisschen funktioniert hat, aber er hat schon gedacht, dass irgendwas nicht funktioniert. Er hat immer gelacht und gedacht, das muss aber auch gehen hier, das müsste aber auch funktionieren. Und das funktioniert. Und da war ein bisschen rumgelabert. Meine Flink waren ein bisschen nett kontrolliert, es ist ein bisschen dunkel, aber sie gehen. Meine wollten zu sehen, haben sie auch zu sehen bekommen. Ja. Ansonsten fangen wir jetzt weiter so. Ich hoffe mal, das Leiden jetzt verschont war von Polizei. Noch ein Kläpfchen trinken und dann geht's weiter. Ja. Wir halten euch auf dem Laufenden heute Abend, wo wir dann nächtigen werden und bis dahin, haut rein. Ja. 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 Vielen Dank.